Alleine in Deutschland werden jährlich 2,2 Milliarden Tampons benutzt und nach dem Gebrauch wieder entsorgt. Gleichzeitig haben sich 60 Prozent der Nutzerinnen noch nie Gedanken über die Inhaltsstoffe von Tampons und deren Umweltbelastungen gemacht. Wichtig ist aber, dass herkömmliche Tampons im Wesentlichen aus Baumwolle bestehen. Der Anbau von Baumwolle erfordert einen hohen Einsatz von Wasser und Pestiziden. Zudem ist Import der Baumwolle zum Hersteller und Anwender CO2-intensiv. Außerdem ist die Plastikverpackung eines konventionellen Tampons nicht biologisch abbaubar. Durch ständigen Kontakt mit dem plastikbasierten Hüllvlies werden Schadstoffe vom Körper aufgenommen. Dazu kommt, dass erdölbasierte Kunststoffe umweltschädlich sind. Eine Alternative stellt das Produkt des Gewinnerteams dar. Es ist zu 100 Prozent baumwollfrei, plastikfrei, schadstofffrei und vegan. Und der Clou? Das Produkt ist Cradle-to-Cradle-zertifiziert. Die Vision des Teams ist ein Produkt, das zu einem klimapositiven und gesunden Lebensstil in einer Kreislaufwirtschaft beiträgt. Herzlichen Glückwunsch an Amelie Harm, Chiara Krackelauer und Agnes Maria Paul von Hempi Period zur Leuphana-Gründeridee des Jahres 2022. Amelie Harm, Chiara Krackelauer und Agnes Maria Paul von Hempi Period zur Leuphana-Gründeridee des Jahres 2022.